Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge LS15. Ich habe ja übersetzten Part am Ende überlegt, welcher Part es war und es war doch nur erst der dritte. Das müsste jetzt, lass mich überlegen, Samstag sein jetzt. Ah, stimmt, ja, genau. Wir verkaufen jetzt erstmal den Küpper hier hinten und holen uns den 9er. Man kriegt da ein bisschen mehr Geld, wenn man den da verkauft. Teile mal an, nicht vergessen. Da steht er. Ihr könnt mir auch mal im Kommentar schreiben, ob es sich lohnt, Rüben bzw. Kartoffeln groß aufzubauen. R und verkaufen. Da bin ich. Oh, der große Schlapper ist fertig mit Seelen. Ich will den jetzt nicht verschwenden hier für den Kipper. Kipper. Weil der muss dann bestimmt Kartoffeln pflücken. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich glaube nicht. Schön durch die Erntebretter. Erntebretter. Kommt der da runter? Achja, der ist der einzige... ...größere... ...der da schafft. Der sieht aus. Junge, Junge, Junge. Ich pack mal hier da. Den hier. Dann können wir für den hier schon mal das Gewicht holen. Oder ein Gewicht. Dann kann der Stroh... Stroh holen. Immer. Das ist super. Ich bin mal kurz weg. Ich mach mal kurz eine kleine Sprechpause. Also es ist ein bisschen laut hier, wie immer. Das kennt man ja. Und könnte ein paar Minuten dauern. Aber... Ich fahr ja nur... Stroh weg und so. Also bis gleich. Äh... In der Zeit. Ich fahr ja nur... Fahig... Es geht rein. Ich mach die Inhalts.... Schrauben... Oh pars. Das ist das Morgeng. Das ist das Morgeng. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, es ist sehr gut. Falt der Knopf. So. Den hier noch. Lass mal ein bisschen stehen, aber das ist nicht schlimm. Ein bisschen wegsuchen. Nicht so. Ne, Bild ab, ne? Ne, das genau. Ne, nicht Bild, Position 1. Das Lager wird überquillen. Das wird dann auch, als hat er heute der letzte Bauchrad, den ich aufnehme. Vielleicht nehme ich auch noch ein anderes Spiel auf, vielleicht mal gucken. Ich weiß nur, dass ich mal ganz dringend aufs Klo muss. Ich mache noch ein paar Minuten länger. Zwei oder so. Weil ich ja kurz stumm war und... Mal schauen. Ich stehe schon wieder im Weg. Sag doch was. So, der wird... Dings anmachen. Dann geht's weiter. So, Licht wieder an und dann... Geht's ins Lager. Ist die Produktivität jetzt eigentlich... 60%? Doch. Das ist doch gut. So einen Wagen brauchen wir auch noch dann. Ich glaube, wir werden so viel produzieren. Äh, an... Kartoffeln und so. Das kann man... Äh, gar nicht verbrauchen. Das sieht doch gut aus. Wie viel kostet der denn überhaupt? Diverses? Ne, ne. Kipper hier. 14.000. Könnte ich mir sogar schon leist. Aber noch ist es ja nicht so weit. Und ich weiß gerade, dass es leckt. Hab ich schon gedürmt? Es fällt da oben, wenn ich... Äh, ich glaube... Ich guck mal. Wenn nicht, mach ich's einfach nochmal. Aber, äh... Der Part ist da eh vorbei. Deshalb guckt einfach unten in die Videobeschreibung. Dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Ein Sendeplan ist auch... ...dort vorhanden. Und lasst ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wir sehen uns dann, äh, morgen. Im nächsten Part. Bis. Denne. Und. Tschüss.